Das Weite momentan, die sind die Erste. Die sind ganz gut drauf. Ich glaube, die haben sehr gute Spieler. Aber wir hoffen natürlich, dass die Kunden nicht so lange das halten können. Irgendwann werden die fallen. Ich habe das Vertrauen, dass das passieren wird. Und wir müssen versuchen, das zu halten. Es wird schwierig, weil die spielen sehr gut momentan. Aber das ist eine lange Geschichte. Was glauben Sie, dass es möglich ist mit Werder Bremen in dieser Saison? Ja, momentan ist alles offen. Ich glaube, es ist ganz früh, über etwas Besonderes zu sprechen. Natürlich, wir wollen und wir haben das Ziel, etwas Wichtiges zu erreichen, wie eine Champions League-Platz oder Meisterswenden auch. Aber wie gesagt, es ist eine lange Geschichte und wir werden sehen. Claudio, Sie sind jetzt schon der beste Ausländer aller Zeiten in der Bundesliga, haben die meisten Tore geschossen, den Rekord von Giovane Elber geknackt. Was haben Sie noch für Ziele? Natürlich für mich eine wichtige Ziele ist, Meister zu werden mit Werder. Das habe ich noch nie erreicht. Ich war mit Bayern ein paar Mal Meister, aber mit Werder noch nicht. Und das ist etwas, das für mich im Kopf ist. Natürlich mit dem Tore, das weiß ich nicht. Vielleicht der deutsche König dieses Jahr. Ich habe das noch nie auch erreicht. Und das wäre eine gute Möglichkeit dieses Jahr.